Amigos Mein Name ist T zum L Und ganz ehrlich, ich hab überhaupt keinen Bock Aber gut, muss ja sein Ich nenne diese Aufnahme, ich nenne diese Folge Vor dem Kino, nee, nach dem Kino ist vor dem Kino, so rum Weil, fahr mir noch auf den Kopf, Junge Gerade vom Kino, bin wir daheim, ich denke mir, boah Musst du auch durchziehen jetzt, ne Weil sie voll groß Fresse haben, ja, wenn ich da bin, mach ich sofort Hast überhaupt keinen Bock Vor allem ist der Ton, ich mir da egal Verpiss dich, Junge Hoffentlich ist es dann wirklich einfach vorbei, das wäre toll Eine halbe Stunde und ich bin hier raus aus dem ganz Irrenhaus Und auch nicht Ne, ich hab natürlich Bock, ich hab natürlich Bock, wie immer Und, excuse me, was? Departure Time, immer noch, kennen wir doch schon Mach mal weiter, Schnitti, haben wir doch gesehen Ich hab die Kapuzie, ehrlich gesagt, ich hab die Eier So, Crocket, ey Sagt er sich Okay, das haben sie alles rumgesagt, dann spiel mal ne Musik ab Mega dämlich, ich bin vorhin doch auch falsch getan Ja, das ist Hänge auf für ein paar Stunden. Wenn ich diese Scheiße überlebe, werde ich dich finden. Wenn ich nicht zeige... Ich glaube, die Musik passt ganz gut. Mission unmöglich. Um mal eine unglaublich schlechte Englisch-Übersetzung zu machen. Also, ins Deutsch natürlich. Ihr wisst schon, komm. Bum, 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 bum. Ich entkomme euch, die Polizei-Wichser, mit euren motherfucking geringen Klickzahlen, könnt ihr mich überhaupt nicht zu einer Pizza einladen. Weil gerade nicht Zeit so viel ist. No, whatever. Ja, ja. Ja, das kannst du so erstmal überhaupt nicht wissen, Junge. Aber es hat... Es kommt mir vor, es hättest du schon mal gesagt. Das war komisch. Einfach Kopfnicken und durch. Stur lächeln und winken, Männer. Stur lächeln und winken. Ich erinnere mich, vorhin gab es ja krass aufs Maul. Oh, ne, fuck. Ich hab meinen Dings nicht mehr. Äh, mein Raketenwerfer. Der ist jetzt natürlich flücken gegangen. Aber macht nichts, krieg ich auch so hin. Ähm, war das nicht meine... Meine Sniper? Das war nicht meine Sniper. Danke für die Info. Wichser, komm, steh mal auf, Lu. Don't be that little pussy. You little bitch, come on. Oder auch nicht. Nein, packen wir mal die Waffe aus. The last fight of Mr. Luise. How does it feel? Get in fuck, sie ist hart. Fuck, sie ist hart. Zum Glück hab ich Gesundheit. Dann können wir erstmal ballen. Ich muss aber diesmal besser aufpassen. Das meinte ich nicht. Letztes Mal doch sehr dämlich. Warte mal. Was mach ich da so einen Aufstand, ne? Warum auch immer. Aber ich will es gar nicht wissen. Okay. What shall we do with the drunken sailor, motherfucker? Willst du bitte nachladen, Junge? Vollidiot. Bam, 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 bam. Es sollte zumindest darstellen, diese Melodie. Dass es mich hat, lag, nur an dieser Sch-Maschine. Genau, jetzt tut man nicht so, als wäre die behindert. So hat er sowieso. Boom. Punchline-König. Irgendwann hört dieses Ding sich aufzudrehen. Ist ja Hammer. Bitte. Zack. Dich kriegen wir da auch noch locker. Ist fies, dass sie mir jetzt nicht auf dem Radar angezeigt werden, natürlich. Aber ich rieße es natürlich trotzdem hin. Ich versuche es zumindest. Boom. Na, komm schon. Jupp. Jupp. Die andere Seite vom Funland. So, erstmal aufladen. Nämlich, der hat es eigentlich einen Koffer gegeben, aber naja. Mama trotzdem, Mama dro- Mama- Mama- Why you wanna bring me down? Dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun. D-dun-dun-dun-dun-dun-dun. D-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun. So, tell me why you wanna bring me down. Ich kann toll singen, ich weiß. Der Rest der Heerein liegt. Was heißt Lieferung? Auf Englisch. Ähm. Mir fällt nur gerade das Wort Discovery an, was natürlich nicht richtig ist. Lieferung. Delivery. Genau. Es war damals eine T. Where is the Bulgarian? And why these elephants? Jetzt werden die Musiken richtig abgefuckt. Nein, 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 nein. Genau. Schick mich doch komplett, oder was, die Wichser? Und ich bin tot. Fuck. Naja, mach schneller. Ach, scheiße. Sag bitte, ich starte nicht so weit hinten, das wäre sehr nett von dir, Spiel. So, ich warte auf eine SMS. Ja, das war krass dämlich. Letzte Mission sollte man doch ein bisschen. Wir sind ganz klar ein bisschen Vorsicht halten lassen. Ich muss doch alles normalen. Na klar. Na klar. Was wundere ich mich eigentlich? Und schum, 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 schum. Wahrscheinlich geht mir dann die Muni am Ende aus und deswegen verliere ich. Oh. W-w-w-w-wollen wir wetten? Okay. Wir haben natürlich auch keine effektive Waffen gegen dich. Raketenwerfer wäre effektiv. Ich habe, naja, ich habe Haftbomben, danke. Toll, super toll Na klar bin ich gleich tot Na sicher, na sicher Boah ey Ich hab vergessen mir ne Schutzweste vorher zu geben Dämlich Okay Ja ich wusste immer noch Wie ich das Ding aktiviere Ey das Geräusch hat sich ganz komisch In den Ohren an, ich weiß auch nicht warum Weißt du was ganz ganz schrilles Zu nem kleinen Teil Irgendwie ich weiß ich nicht so schön an Ich weiß nicht Ich würd's nicht als mein Kringelton einstellen Wenn ich mich ficken will dann als Kringelton von wem anders Aber ansonsten Mr. Bulgari where are you Fade fuck come on Genau Du bist nicht scheiße Andere Seite des Funlands Machen wir erstmal nicht Jetzt Können wir nicht aufnehmen Die Waffe, super Kommt, wir treiben's extravagant Headshot Ich sollte echt mal meine Headshotquote verbessern Andererseits kann ich mir auch scheißegal sein Und boom Oder auch nicht So warte mal Ach du da oben Du kleiner Wichser Die restliche Ruinenlieferung Kein Problem Ich könnte eigentlich schon mal aus Spaß Ne Einer geht noch Aua Aua Little dirty beaches Come on You just don't fuck with Louis H42 Lol Unsere Muni-Zahl So Jetzt verstecken wir uns einmal Da kann der Spaß ja beginnen Oder auch nicht Ich hab den Aber wir haben das Gefühl Irgendwer von denen ist Nico Bellic Ist natürlich nicht Weil die Mission würde ich mich erinnern Sonst hätte ich schon mal Was vom Funland gehört Glaube ich zumindest Habe ich aber nicht Deswegen Verstecken hinter Mülltonnen und Bombe Ich sag nur La Bomba Leute So 186 Ich muss gleich die Muni wechseln Oder die Waffe wechseln Das ist witzig Weil es war es Ne Keine Ahnung Na komm Don't be a little bitch Ey Die Jacken Das kommen mir alle Wie die Jacken von Mr. Bellic vor Wow Riesenversteckt Hinterm 1 Meter großen Boot Erklär mir das mal Ihr seid alle Nico Bellic I'm not fucking paranoid Was wär wohl Ö Ö Was ist du denn Junge Witzig So verpissig Aschen oder so Es ist Mr. Louis offensive You just did that man You just did that Ich mein ja gut Ähm wer ist wo und warum Das könnte sehr wehtun Wenn ich nicht schnell einmal auflade Genau ich bin sehr schwach Das ist andererseits auch sehr richtig You are all left very good arguments So Flughafen 2 Stunden Ich bin da Ich bin da Ich hab doch Bock auf Zock oder was Wer ist denn das da hinten Ach steig auf das Bike Ja genau Ich dachte schon das ist jetzt ein Fahrrad Das wir auch GTA 4 Ja beenden wie San Andreas angefangen hat Nur ohne Polizisten Und ohne motherfuckers Oder so Yusuf please save me Na ich hab so das Gefühl Yusuf wird da was regeln Cause Yusuf is the craziest motherfucker Und der hat eine Bahn geklaut Also Wer eine Bahn klaut der kann da was drehen Oder auch nicht Oder auch nicht Oder auch nicht Generell sehr gerne Aber nicht So hallo Leute Yusuf please Boah hier werden Mütter gefickt Scheiße Das wär interessant Bulgarin gegen Gegen Yusuf Mein Yusuf ist ein craziest motherfucker Und Bulgarin ist ein Ist was vergleichbares Jaja das kriegt er schon hin Der hat eine Bahn geklaut Der kann mit dem Heli umgehen Im Gegensatz zu mir Ich bin sehr froh Dass ich jetzt da nichts machen muss In der Richtung Mich wundert was Dass es noch nicht eingeknastet wurde Schmiergeld oder was Also wirklich U-Wahn-Frauen Oh Könnte das nur gewesen sein Nehmen wir das mal Aber gut Muss er selber wissen Wenn er Bock hat Hat er Bock So Thank you Das hat er bestimmt gehört Ich glaube fest Ne Yusuf trotzdem geile Sau Martin Plays hat nicht genug Backdrop Mega dip